Musik Im Shootout verloren haben. Die Wiener von links nach rechts mit der ersten guten Möglichkeit. Schöne Vorarbeit von Toni Romano und Stenek Blatny in Überzahl mit dem 1 zu 0. Schuss von Zanowski. Unterzahlspiel der Wiener. Puck abgefangen. Grattan auf Fortier und das kennt man. 2 zu 0. Schothander.